Wohnen in der sozialen Stadt Die Spandauer SPD setzt alles daran, dass ausreichend bezahlbare und möglichst hochwertige Wohnungen im Bezirk zur Verfügung stehen. Wir haben uns in der Vergangenheit klar gegen Privatisierungen oder Börsengänge von Wohnungsbaugesellschaften ausgesprochen und bleiben bei dieser eindeutigen Haltung. Der neue Willy-Brandt-Flughafen und die Schließung des Flughafens Tegel bedeuten für einige Gebiete Spandaus mehr Ruhe und höheren Wohnwert. Für andere Gebiete könnten sich jedoch Belastungen ergeben. Wir setzen uns auch in Zukunft dafür ein, dass die Flugrouten möglichst wenige Menschen mit Fluglärm belasten. Wir wollen, dass Spandau wieder einen Sitz in der Fluglärmkommission erhält. Mit Wohnungsbau und grünen Wohnanlagen wollen wir den Bezirk wieder attraktiver für junge Familien mit Kindern machen und dabei zusätzlich von der Schließung des Flughafens profitieren. Neue Wohnquartiere an der Havel werden eine hohe Lebensqualität haben und den Bezirk aufwerten. Wir werden alle gesetzlichen Möglichkeiten nutzen, in sämtlichen Spandauer Quartieren die Ansiedlung weiterer Spielhallen zu unterbinden und bereits bestehende auf ihre Rechtmäßigkeit regelmäßig zu überprüfen. Neben der behutsamen Sanierung oder Weiterentwicklung bestehender Wohnquartiere wollen wir auf heutigen Brachen wie beispielsweise dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Oberhavel und dem ehemaligen Krankenhaus Starken neue Formen des Wohnens ermöglichen. Neben barrierefreier Bebauung mit Naherholungsflächen wollen wir vor allem Mehrgenerationenhäuser als Orte der Begegnung für alle Generationen in den Spandauer Stadtteilen schaffen und weiterentwickeln. Weiterentwicklung